Mein Name ist Mike und ich esse zu viel. Ich habe eine gute Woche. Ich habe zwei Kilo abgenommen. Sehr gut. Dann habe ich mein Hemd ausgezogen und sie hier wieder gefunden. Hey, ich fand deinen Beitrag sehr gut. Oh, vielen Dank. Keinen Schritt weiter, Freundchen. Ja, Sir. Willst du ins Gefängnis? Nein, Sir. Dann wasch dir sofort die Hände. Och, ist der saftig. Rieche ich da deinen Doppeldecker Schokoladenkuchen? Frisch aus dem Ofen. Fütter mich. Wieso tut ihr mir das jetzt an? Was tun wir dir an? Warum ziehst du nicht einfach nach Japan? Dort werden fette Männer wie Götter verehrt. Willst du zwischendurch auch mal Luft oder hast du ein Blasloch unter deiner Mütze? Mike? Molly. Was willst du denn hier? Irgendjemand hat die Polizei angerufen. Das sind wir. Ja, das waren wir. Und zwar vor anderthalb Stunden. Habt ihr euch verfahren oder irgendwo unter einer Brücke rumgeknutscht? Mike und Molly. Die komplette erste Staffel. Jetzt auf DVD und Video on Demand.